Hi, herzlich willkommen zu diesem längst überfälligen Video für diesen Kanal, ein Review zum Apple HomePod. Die letzten Monate konnte ich mir verschiedene Amazon Echo und Google Home Geräte angucken, habe die auch miteinander verglichen, verschiedene Smart Home Geräte damit angesteuert und so weiter. Letztendlich gehört der HomePod natürlich aber genauso zu diesem ganzen Pack dazu, deswegen habe ich ihn mir jetzt letztendlich doch angeschaut. Eve hat ihn mir zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür, Eve stellt selbst HomeKit-fähige Smart Home Geräte vor. Link zu Eve natürlich in der Videobeschreibung. Warum der HomePod letztendlich sogar meine Hauptzentrale jetzt für Smart Home geworden ist, erfahrt ihr in diesem ausführlichen Review. Viel Spaß! Der Apple HomePod. Schick, minimalistisch, stylisch, funktioniert zuverlässig, auf das eigene Ökosystem beschränkt und deutlich teurer als die Konkurrenz. Mit diesem Satz könnte ich vermutlich jedes Video zu einem Apple-Produkt beginnen, aber eins nach dem anderen. Der HomePod ist der erste smarte Speaker von Apple und kam erst sehr viel später als die Konkurrenzprodukte, wie beispielsweise ein Amazon Echo oder Google Home auf den Markt. Die Stoffummantelung des Geräts wirkt super hochwertig, aber wem erzähle ich das schon bei einem Apple-Produkt? Mir gefällt die Optik sehr gut, ja sogar am besten im Vergleich zu allen anderen aktuell erhältlichen, smarten Lautsprechern. Das bleibt natürlich jedem selbst überlassen und hier gehen die Geschmäcker weit auseinander. Ich habe sogar auch schon von einem einfallslosen und klobigen Design gelesen. Nun gut, Anschlüsse oder sonstige Tasten suchen wir beim HomePod vergeblich. Naja fast. Die Oberseite besteht aus einer Art Display mit einer Touch-Funktion. Sobald ihr das Aktivierungswort Hey Siri sagt, beginnt die Fläche bunt zu leuchten und euch wird signalisiert, dass die Sprachassistentin Siri ihr Signalwort erkannt hat und euch nun zuhört. Anschließend, wie es bei einem Sprachassistenten eben üblich ist, die Frage oder den Befehl nennen und schon wird alles umgesetzt oder beantwortet. Sobald ihr über den HomePod Musik abspielt, seht ihr einen Plus- und einen Minus-Button auf der Oberseite, mit welchen ihr die Lautstärke auch noch manuell ganz ohne Sprache anpassen könnt. So weit, so gut. Das klingt ja alles super in der Theorie. Aber wie schlägt sich der kleine Helfer im Alltag? Erstaunlich gut, wenn ihr im Apple-Universum lebt. Der Klang des Speakers ist einfach nur beeindruckend. Das Gerät bringt immerhin auch ganze 2,5 Kilogramm auf die Waage. Nicht gerade wenig, aber kein Nachteil bei einem Sprachassistenten. Er wird ja ohnehin seinen festen Platz finden und muss kaum oder sogar gar nicht bewegt werden. Klar und trotzdem basshaltig, das ist mein Eindruck der Klangqualität. Die Maximal-Lautstärke reicht auch mehr als nur aus. Mit dem HomePod als Lautsprecher kann man sich wirklich bewusst auf den Klang konzentrieren und die Musik genießen. Wie gesagt, solange man im Apple-Universum lebt, ist man hier klangtechnisch perfekt aufgehoben. Aber mal eben mit eurem Android-Smartphone per Bluetooth ein Lied auf den HomePod abspielen? Fehlanzeige. Ja, halb so wild, dann streamen wir einfach per Spotify unseren gewünschten Song auf den HomePod, oder? Prinzipiell möglich, ja. Allerdings sollte das Ganze immer per Airplay funktionieren, tut es aber nicht. In 90% der Fälle, wie ihr es hier seht, wird er bei mir einfach nicht in der Liste angezeigt. Kann am HomePod oder an Spotify selbst liegen, weiß ich jetzt nicht. Deswegen ist es auf jeden Fall kein schönes Erlebnis. Und letztendlich will man bei einem Sprachassistenten natürlich auch die Musik eigentlich per Sprache regeln können. Das würde hier sowieso nicht gehen. Da bleibt euch dann nur der kostenpflichtige Abo-Dienst Apple Music übrig. Hat natürlich auch eine große Auswahl. Allerdings habe ich mich in letzter Zeit so an Spotify gewöhnt, dass ich nicht wechseln werde und für mich da auch ein Wechsel nicht in Frage kommt. Auch wenn Apple Music große Auswahl bietet. Außerdem gefällt mir sehr gut, dass die sechs verbauten Mikrofone des HomePods dafür sorgen, dass der Klang optimal im Raum verteilt wird. Denn er erkennt, wo die Wand ist und wo der Raum offen ist und kann so den Klang optimal anpassen. Seht ihr es nicht ein, für Musik zu zahlen, könnt ihr immerhin den kostenlos nutzbaren Radiosender Beats One von Apple auf den HomePod streamen. Dieser ist mittlerweile sogar einer meiner Lieblingsradiosender geworden. Ernsthaft. Per einfachen Zuruf von Spiele Musik ohne jegliche Vorkonfiguration wird der Sender dann prompt wiedergegeben. Das soll die Problematik mit der Musik natürlich nicht entschuldigen. Dennoch ein kleiner Trost. Aber was macht einen smarten Speaker denn letztendlich smart? Natürlich, wie der Name schon sagt, die Einbindung in euer Smart Home. Hier gibt es nur einen negativen Punkt. Für das Setup des HomePods wird ein iPhone oder iPad benötigt. Wieder einmal ist es also sogar notwendig, im Apple-Universum zu Hause zu sein, um den HomePod überhaupt in Betrieb nehmen zu können. Danach funktioniert der HomePod allerdings komplett autark und kann sogar als HomeKit-Zentrale verwendet werden, um euer Smart Home auch von unterwegs aus steuern zu können. Das nenne ich mal einen großen Pluspunkt. Ihr merkt schon, man muss wirklich Apple als Gesamtpaket in Verwendung haben, um hier glücklich zu werden. Sollte das allerdings der Fall sein, werdet ihr, und das ist keine Übertreibung, so glücklich wie bei vermutlich keinem anderen System, wenn es um Smart Home geht. Fehler gibt es einfach nicht. Fragt mich nicht, wie Apple das immer hinbekommt. HomeKit-fähige Geräte lassen sich binnen weniger Sekunden in euer System hinzufügen und parametrieren. Ein besonders kalter Tag und ihr wollt es ein wenig wärmer als gewohnt im Schlafzimmer haben, seid aber zu faul, euch vom Sofa zu bewegen und die Temperatur anzupassen? Kein Problem, smarte Heizthermostate von Eve oder anderen Herstellern sorgen dafür, die Raumtemperatur verschiedener Räume auf Zuruf zu ändern, ohne überhaupt im jeweiligen Raum vor Ort zu sein. Es müssen keine Skills oder nervigen Konten angelegt werden. Apples Konzept Plug & Play, einfach und zuverlässig. Das sind Wörter, die das HomePod-System beschreiben. Für die passende Stimmung kann farbiges Licht sorgen, das empfehle ich wirklich jedem. Auch das ist natürlich per Zuruf über den kleinen Helfer steuerbar. Wer bereits mit Lampen ausgestattet ist und keine komplette Umrüstung vornehmen will, kann mit Smartplugs nachrüsten. Einfach zwischen Steckdose und Lampe stecken, fertig. Schon könnt ihr eine bereits bestehende Beleuchtung einfach über eure Smart Home Zentrale, also den HomePod, steuern. Von Fenster- und Türkontakten bis hin zu Luftqualitätsmanagement und der Regelung der Raumtemperatur. Hier gibt es natürlich nahezu endlos viele Geräte und Einsatzzwecke. Die Beispiele mal jetzt nur am Rande, damit ihr versteht, dass der HomePod weit mehr als nur eine teure Musikanlage ist. Die Steuerung eurer smarten Geräte funktioniert so zuverlässig wie nirgendwo sonst. Die Spracherkennung ist anderen smarten Speakern ein wenig voraus, ihr werdet immer perfekt verstanden. Leider kann man das von der Intelligenz der Sprachassistentin Siri selbst eher weniger behaupten. Amazons Sprachassistentin Alexa oder auch der Google Assistant sind einfach schlauer und hilfreicher mit ihren Antworten. Auch Siri wird immer besser, aber aktuell ganz klar noch hinter der Konkurrenz im Punkt Intelligenz. Nichtsdestotrotz funktioniert Siri perfekt für die Steuerung eurer smarten Geräte, denn da geht es ja nur um die Spracherkennung und das beherrscht sie tadellos. Fazit, für wen lohnt sich also der HomePod von Apple? Seid ihr Android-Nutzer, nutzt auch Spotify als Hauptstreaming-Dienst und auch sonst habt ihr kein Apple-Gerät irgendwie zu Hause, dann lasst bloß die Finger von dem Teil. Seid ihr aber eh iPhone-Nutzer und seht es auch ein für funktionierende Geräte ein bisschen mehr auszugeben, dafür läuft dann aber auch alles perfekt. Dann seid ihr mit dem HomePod genau richtig. Ich bin letztendlich wie gesagt einfach überzeugt von dieser Funktionalität, alles klappt einfach und es gibt keine Aussetzerzwecks auch dieser ganzen Zigbee-Anbindung. Keine WLAN-Protokolle, die sich hier irgendwie stören. Deswegen, es funktioniert einfach als gesamtes System und deswegen konnte mich der HomePod letztendlich doch überzeugen, auch wenn die Musikabspielmöglichkeiten natürlich sehr limitiert sind, da verwende ich weiter meine Echo-Geräte. Nächste Woche folgt dann eine ganze Reihe rund um HomeKit-Geräte, bleibt auf jeden Fall dran, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und gebt mir Feedback in den Kommentaren. Wir sehen uns schon im nächsten Video, vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin macht's gut, ciao! Bis zum nächsten Mal.